So, hallo, wir machen weiter bei Things 2. Mona ist gerettet. Wir sind im dritten Abschnitt, könnte man sagen. Die ersten zwei Endings haben wir. Und der dritte Abschnitt wird uns hier weiterführen, am Ende wahrscheinlich gegen Tanasin. Wir werden sehen. Die zwei Level haben wir letztes Mal gespielt mit Safe States. Das habe ich mir mal so hergenommen. Und jetzt spielen wir iDead Cloud Control oder was auch immer das heißen soll. iDead, LDead. Weil das ist eigentlich ein... Da habe ich kein I zum Vergleich. Haben wir irgendwo ein I? Ein großes I? Ne, wir haben nur kleine Is. Also es könnte auch ein L sein. Aber LDead Cloud... Ich weiß nicht. Ich denke, es soll halt iPad. Und dann ist jetzt iDead. Ist ja egal. So, let's go. Okay. Okay, ich muss schneller sein. Okay, ich hätte den hochwerfen müssen. Okay. Wir probieren es natürlich erst wieder ohne States. Ihr wisst es. Ich werde immer erst so ein bisschen probieren. Boi. Und dann mal gucken, was so auf mich zukommt. Wow. Okay. Okay. Gott, wir sind schon mal ein bisschen weiter. Ach Gott, ach Gott. Oh, die Musik macht mich ja jetzt schon. Die Musik killt mich ja jetzt schon. Die hat so überhaupt keine... ...keinen schönen Rhythm. Oh, was zum Hölle? ...überhaupt kein schöner Rhythmus. Oh, Gott, dieses Gepiepse. Was ist das? Ich mach gleich meine Q-Mo-Playlist einfach an. Jetzt kommt ein bisschen Melodie rein. Huch, jetzt war ich auch mal richtig fix unterwegs. Hier, kaum kommt Melodie, kann ich besser spielen. So ein Ding ist das. Okay, jetzt ist es wieder komisch. Musik ist ja das Schlimmste am Level. Also, aber wirklich. Soll die nerven, oder... ...hab ich einfach nicht den gleichen Geschmack wie Sweet Dude? Ah, die nervt mich ja richtig. Das Level ist eigentlich ganz cool, aber die Musik ist... ...furchtbar. Jetzt kommen wir mal ein bisschen voran hier. Scheiße. Aber das war, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das war schon ziemlich weit. Ich weiß es nicht, aber es kam mir schon ziemlich weit vor. Bisher auf jeden Fall ein Level... ...was ich bis auf die Musik... ...wo ich mich jetzt aktuell erstmal schlecht finden würde, wenn ich Stades anschalten würde. Aber die Musik, die killt mich. Also, die Musik killt mich so richtig. Ach, komm. No, ich hab gewartet. Warum hab ich gewartet? Nein, ich hab nicht hochgeworfen. Mist. Ach, komm schon. Nein. Vor allem, ich könnte ja hier... ...wenn ich wirklich schnell bin, kann ich ja hier sogar ganz gut Speed aufbauen. Ich weiß nur nicht, ob die Säge dann schneller nachkommt... ...als ob die dann auch Geschwindigkeit bekommt... ...und ob die ein festes Muster hat. Ich glaube, die hat ein festes Muster. Sodass ich, glaube ich, wirklich, wenn ich schneller bin... ...es mir auch vereinfachen kann. Mist. Deswegen will ich auch ein bisschen hektischer spielen und nicht anhalten. Also, ich glaube, ich kann mir da Vorteile verschaffen, wenn ich schneller spiele. Bin mir nicht sicher. Das wäre vor allem vorhin, glaube ich, notwendig sogar gewesen. Weil ich glaube, die... ...selbst wenn ich bei der Shell richtig gelandet wäre... ...ich glaube, die Shell wäre an dem Ding abgeprallt. Außer, die geht da durch. Das weiß ich nicht. Das könnte man mal testen. Kann man Items da durchschmeißen? Okay, kann man nicht. Oder ist das gegen... Ne, das ist gegen das Holz gerade gefallen, ne? Also, kann ich Items da durchschmeißen? Ja, okay, kann ich. Gut. Dann würde ich die Shell da auch durchgehen. Alles klar. Nein, runter! Ja, jetzt bin ich... Ja, zu langsam. Aber da waren wir wieder. Da waren wir wieder. Wow, what? Wo bin ich gestorben? Übrigens, wenn man sich auf das Level anfängt zu konzentrieren, merkt man die Musik gar nicht mehr. Also müsst ihr auch... Wenn euch die Musik auch nervt, konzentriert euch einfach aufs Level. Spielt einfach das Level. Dann merkt man die Musik gar nicht mehr so richtig. Jetzt, wo ich langsam begreife, zu verstehen, wie es funktioniert, ne? Es ist okay. Trotzdem frage ich mich, ob die Musik gut sein soll. Also, ob irgendjemand diese Musik mag. Oder halt nicht. Also, wenn... Wenn ich jetzt eine Playlist zusammenstellen würde, fürs Autofahren, ne? Dieses Lied... Würde niemals drauf landen. Holy moly. Da fahre ich ja freiwillig in den Straßengraben. Jetzt habe ich mich... Okay, da ist eine Tür. Nice. Ich habe ja vorhin gesagt, es fühlt sich schon relativ lang an bis dahin. Und da ist auch dann direkt der Midwaypoint. Sehr schön. Wobei mich... Wobei, wieso muss man in die Tür, um zu Midwaypoint zu kommen? Dann hätte er ja auch direkt die Verbindung machen können. Vielleicht soll einfach die Tür nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit sein. Ja, ich meine... Im Midwaypoint wäre ich jetzt gelandet. In der Tür bin ich halt nicht gelandet, na? Das ist das Ding. Aber ich wusste auch nicht, dass die kommt. Jetzt weiß ich es. Jetzt kann ich da schneller hin. Oder es kommt noch ein Zwischenabschnitt vor dem Midwaypoint. Das kann natürlich auch sein. Aber das wollen wir mal nicht hoffen. Weil ich freue mich immer, wenn ich einen Midwaypoint ziehe. Und dann will ich den auch bekommen. Und nicht... Und nicht noch drei... Drei Zwischenräume oder so haben. Nein! Falscher Mist. Das war falsch. Ja, aber... Merkt ihr selber, na? Das Level ist absolut spielbar. Da gehen wir in keine States rein. Das wird sich hier einfach falsch anfühlen. Bei dem Fluglevel hat es sich richtig angefühlt. Das wäre mir zu schwer geworden. Das hier nicht. Also, ich denke, so in etwa werde ich das beibehalten. Wenn ich das Gefühl habe, es ist machbar, lasse ich sie erstmal weg. Wenn es dann nachher irgendwie eine knappe Stelle ist oder so, oder ich fünfmal kurz vorm Ziel draufgegangen bin, dann vielleicht. Aber hier jetzt weiß ich nicht. Ich sag mal, spätestens bei 15 Minuten würde ich mich bis zum Midwaypoint staten. Na? So lange probieren wir es. So lange probieren wir es, weil ich das Gefühl habe, ich sollte es bis dahin geschafft haben. Wenn ich jetzt nicht dumm bin, weil ich das Gefühl habe, ich sollte es bis dahin geschafft haben, dann lassen wir das so. Na klar. Und ich bin zu langsam. Ich bin viel zu langsam. Ich bin immer noch viel zu langsam. Das schaffe ich nicht. Ah! Okay. Oh, das war jetzt mal richtig... Ja. Es war schnell. Leider nicht gut. Mann, dieses nicht hochwerfen. Ja, dann landet er nicht auf dem drauf, logischerweise. Weil die leider nicht so auseinander sind, dass man da gut landet. Ah! Wie oft ich an diesem Anfang sterbe, na? Das ist insane. Irgendwas killt mich immer am Anfang. Irgendwas ist immer, was schief geht. Entweder ich treffe den Schlüssel nicht und wenn ich den Schlüssel treffe, lande ich in dem Mancha drüber oder ich schmeiße ihn woanders hin. Ey! Oder ich lande dann nachher nicht mehr, nachdem ich den Schlüssel getroffen habe. So viele Varianten, die sind am Anfang zu versauen. Oder ich springe daneben. Alter! Jetzt haben wir es mal wieder. Ein seltenes Ereignis! Also wenn ich natürlich jetzt fünf Minuten lang den Anfang wieder spiele, ja, dann ist das ein bisschen ärgerlich. Och, komm! Sag mal, jetzt mache ich hier den Quatsch. Habe ich ja vorher nicht gemacht. Dafür klappt der Teil jetzt wieder. Zum dritten Mal! Zum dritten Mal ist was passiert, was noch nie passiert ist davor. Danke. What? Bin ich zu schnell aus dem Screen? Ach nö. Das war doch alles richtig. Mann. Das war ärgerlich. What the heck? Das hatte ich auch noch nicht. Wöde! Hm. Warum ist es jetzt langsamer geworden? Ich bin zu langsam. Die ist schon da. Oh, Mann! Hä? Seit wann mache ich sowas? Was? So... Weißt du, die ganze Zeit klappt es und plötzlich macht man Dinge, die man gar nicht versteht. So, jetzt erwische ich die Schelle an der richtigen Stelle, aber lande nicht mehr auf ihr aus irgendeinem Grund, weil die so ganz komisch zur Seite wegfährt. Hä? Ich habe das Gefühl, ich mache immer das gleiche, aber es funktioniert nicht. Also mache ich offenbar ja nicht immer das gleiche. Ja, jetzt, jetzt und jetzt wieder die verpasst. Mann! Das gibt es doch nicht. Ja, das war dumm. Jetzt wieder ganz ruhig werden hier. Wie passiert das? Nein! Wieso? Ne! Das hat immer funktioniert. Ich hätte das mit den 15 Minuten nicht sagen sollen, weil damit habe ich mir jetzt wieder eigenen Zeitdruck gebaut, der mich durcheinander bringt. Ich hätte das nicht sagen sollen. Ich kann nicht mit Zeitdruck spielen. Es geht nicht. Ich will das ohne Stage spielen. Tut mir leid, ich halte mich nicht an die 15 Minuten. Wenn ich es bis dahin nicht geschafft habe, sorry. Ich will das ohne Stage spielen. Das Level hat es nicht verdient, hier zu staten. Ich will mir meine States wirklich aufheben, wenn ich sage, nee, es geht nicht anders. Wie bei dem Fluglevel. Da ging es nicht anders für mich. Hier geht es. Das muss ich schaffen. So viel muss, muss, muss einfach. Und ich habe mir da jetzt, damit das, das war, das war das Blödste, was ich machen konnte. Als ich bei 8 Minuten gesagt habe, wenn ich es bei 15 Minuten nicht schaffe, mache ich States. Ab da habe ich mir so einen inneren Zeitdruck aufgebaut. Ne, das ist schlecht. Das ist einfach kacke. Das war keine gute Idee. Ich sollte solche, ich sollte solche solche Ideen lassen. muss ich dann jetzt nur den Leuten sagen, die gleich zur 15-Minuten-Marke gesprungen sind. Ey, dass ich die zweite Schell nicht mehr erwische, ist so dumm. Warum? Das hat doch da eben vor... Okay. Nein, diese... Okay, wir spielen zurück. Okay, wir spielen zurück. Wie schnell muss man da sein? What the heck? Bin ich einfach schon zu langsam an der Stelle? Krass. Ich glaube, ich bin schon zu langsam. Ich schaff's nicht. What the heck? Oh, shit. Alter! Okay, das ist echt böse knapp. What the heck? Scheiße. Der war schlecht. Jetzt muss ich... Öh... Yo! Okay. Nee, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam gewesen, glaube ich. Okay, dann staten wir jetzt halt doch. Scheiße. Okay, ich bin deutlich schneller. Wow, okay. Es macht schon einen gewaltigen Unterschied. Ja, es macht tatsächlich einen gewaltigen Unterschied. Die Geschwindigkeit ist krass gewesen, dass man da wirklich die ganze Zeit überdurch speeden muss. Okay, okay. Ich habe es nicht ohne Saves geschafft. Ich habe es bis zur Tür geschafft, aber dann war ich leider jetzt immer zu langsam. So, und jetzt kommt die Cloud Control erst. Feuer hat mir die noch gar nicht. Im Moment, aber ich bin ja viel zu langsam mit der Cloud. Ähm. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, was? What? Muss ich jetzt irgendwie so verrücktes Zeug machen, dass ich da immerhin in die Wolke rein spiel? Ach du Scheiße. Ähm. Ach du Schande. Ach du Schande. Ach du Schande. Ja, und dann? What? Okay, so. Oh wow. Krass, dass das funktioniert hat. Das hat sich ein State. Das ist ja verrückt. Oh Gott, das wird das... Oh Gott, das... Okay, das ist... Crazy. Ach du Schande. Vor allem die Wolke muss jetzt jedes Mal passen. Ja, und dann muss ich da drüber springen noch. Okay. Ei, ei, ei. Nein, ich hätte drüber springen müssen. Okay. Spin Jump hoch. Okay. Oh mein Gott, Leute. Was ist das denn? Zu langsam. Viel zu langsam, glaube ich. Oder? Yo, das ist doch RNG in welche Richtung man denn wirft. Was? What? Ich glaube, ich bin eh zu langsam. Starten wir gleich nochmal. Okay, das ist krass. Okay. Ich bin zu lang. Was? Die Wolke ist zu schnell. Die Wolke ist zu schnell. Willst du mich verarschen? Ich bin... Ich bin so gut gewesen, dass die Wolke zu schnell ist. Scheiße. Oh Mann, das war so gut. Es war halt wirklich gut. Mist. Ich bin schüttet. Okay, ich darf die Wolke nicht ganz so schnell anschießen. Okay. Deutlich, 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 deutlich weiter vorne jetzt. Problem ist halt, ich weiß nicht, was kommt. Also bin ich jetzt wieder langsamer danach. Ich muss immer einen Teil erst lernen, dass ich den dann schneller spielen kann. Ich bin zu niedrig. Bruder. Da muss ich auf den irgendwie da... Aber brauche ich die Wolke da noch? Weil die Wolke haut ja irgendwie ab, ne? Ich glaube, ich hoffe nicht, dass ich die Wolke noch brauche. Weil da kommt dann die Plattform. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke, da kommt eine neue Wolke dann. Ich glaube, die ist wirklich nur hierfür da. Ja, okay. Aber ich weiß halt nicht, ob ich nicht schon wieder zu... Da muss ich rein. Da ist es Ziel. Okay. Schaffen wir das, ist jetzt die Frage. Oder bin ich zu nah an dem Ding dran? Ich... Boah. Gebt euch diesen Abstand. Der nicht vorhanden ist. Mh, mh. Das sieht ganz schlecht aus. Ich glaube, ich bin zu nah an dem Ding dran. Yo. Okay, das könnte noch gehen. Das könnte noch gehen. Das könnte gerade noch gehen. Bruder. Scheiße, so nicht. Da muss man... Also, du musst... Das Problem ist auch... Du musst wirklich so schnell aus der Wolke raus, weil wenn du nicht schnell rausgehst, verlierst du enorm Geschwindigkeit und Zeit. Okay, das passt. Schisch. Ja, es war klar. Es war klar, dass nochmal so ein Mistding kommt. Das würde mich interessieren, ist hier ein Mond. Ich spule nochmal kurz zurück. Aber hier ist nichts, ne? Hier sind nur noch ein paar gemeine Stellen, aber nichts... Nichts... Nichts Gemeines ansonsten. Yo. Schisch. Okay. Habe ich nicht ohne States geschafft. Muss ich leider so hinnehmen. Gut. Wir haben aber aktuell wieder einige Monde, die wir abgeben können. Machen wir das mal. Genau, wir sind bei 38. Wir sollten zwei Räume weitergehen können. Und damit neue Levelnamen bekommen. Ich müsste oben rum gehen können, wenn ich mir das so anschaue. Ja, das sollte funktionieren. Ich meine, der soll... Gedacht ist wahrscheinlich, dass man unten rum geht. Aber ich glaube, oben rum geht auch. Oder? Oder ist das ein Ticken zu hoch? Ich denke, das müsste gehen. Ich denke, man soll in die Lücke... Aber ich glaube, oben rum müsste es auch funktionieren. Bin mir noch nicht sicher. Na, vielleicht doch nicht. Ja gut, aber wenn man den einfach so erwischt, dann geht das ja sogar. Was mache ich mir Stress? Ja, das sind die nächsten Level. Okay, das sind jetzt die vom zweiten Abschnitt. Hinter Dingsgarten. BG-Resort haben wir auf jeden Fall. Brauche ich jetzt nicht extra aufschreiben. Boons, Boo Blast, glaube ich, haben wir auch. Schreibe ich aber mal lieber auf. Ich meine, aber den haben wir. Mixed Realities haben wir auch. Ach komm, ich schreibe es alle auf. Ich hacke es lieber ab. BG-Resort. 25 Romcastle haben wir definitiv auch. Ich schreibe es trotzdem auf zum Abhaken. Hakun Mori haben wir auch. Village Sky haben wir auch. Die Monde sind ja nicht versteckt. Also die tun jetzt so irgendwie, als wären die ewig versteckt, die Monde. Aber das sind sie ja nicht. Und Schläthui haben wir definitiv auch. Das war der ganz am Schluss. Der war fies. So, was ist denn das jetzt hier? Okay, das geht ja sogar. Das ist ja einfacher als gedacht. Hä? Ach nee, habe ich keinen Spinschamp drin gehabt jetzt gerade? Oh. Scheiße. Ich dachte, ich habe einen Spinschamp drin. Nein, ist das dann das Schwierige, dass man einen Spinschamp rauskriegen muss? Oh nein. Ich dachte, ich habe einen Spinschamp drin gehabt, aber hatte ich nicht. Oh shit. Ich habe keinen Spinschamp raus. Ja, das ist... Oh, ist das nicht Pixel Perfect sogar? Oder Frame Perfect? Irgend so was? Das war doch was ganz Schwieriges, von dem Ding Spinschamp abzuspringen. Ich erinnere mich. Das war was ganz Schwieriges. Scheiße. Was will der jetzt von mir? Wirklich? Och nö. Och nö. Oh je. Oh je. Oh, wie geht das denn? Nein, ich würde nicht rausgehen. Scheiße. Oh je. Mist. Oh Gott, ja. Ich hatte so Angst, wenn ich es schaffe, dass ich dann in dem Mancher lande. Okay, Culmination Castle. Jetzt geht es hier weiter. Jetzt kommen die ganzen Dinger in dem Astero... in dem Weltraum Ding. Culmination haben wir auf jeden Fall auch. Broken Skulls haben wir definitiv auch. One Must Fall haben wir auch, glaube ich. Congestion müssten wir auch haben. Ich denke, die haben wir alle. Black Hole haben wir definitiv auch. Aber die sieht man ja. Also ich verstehe nicht ganz, wie man jetzt hier so ein Geheimnis draus macht. So, hey, in diesen Leveln sind Monde. Das ist dein Guide. Ich sehe die doch. Die sind ja nicht versteckt. Die sind ja meistens am Ende und sehr offensichtlich. Okay, so, aber hier können wir jetzt noch nicht weiterspielen. So, ähm, ja, dann laufen wir das kurz ab und haken ab, was ich abhaken kann. Aber das müsste, das müsste, das müsste passen. Also, da hat er sich jetzt irgendwie... Wahrscheinlich sind ihm die Ideen auch ausgegangen für die Mondtipps. Und dann hat er einfach gedacht, oh, ich nenne halt jetzt noch die Levelnamen. Und das sind eigentlich die nutzlosesten Mondtipps überhaupt. Vor allem, du bekommst diese Mondtipps erst ab Mondnummer 30. Wo du dir schon fast alle hast. Hä? Na gut. So, Begirisort ist abgehakt. 25 Romcastle ist abgehakt. Village Sky ist abgehakt. Dann Hakun ist abgehakt. Mixed Realities ist abgehakt. Wo habe ich es denn hingeschrieben? Da. Dann haben wir da oben den Schleetree. ist abgehakt. So. Dann haben wir hier Boons Poop Last. Genau. Ist abgehakt. Wo habe ich es denn hingeschrieben? Da. Zack. Okay. Damit ist die Reihe wieder vollständig, die ich aufgeschrieben habe. Hier haben wir Congestion. Ist abgehakt. Dann haben wir hier Broken Skulls. Ist abgehakt. Und ich glaube, was jetzt hier kommt, war Boontanel Fortress. Das haben wir gar nicht aufgeschrieben. Ist auch kein Mond. Okay. Dann jetzt den Wim of the Universe Abschnitt. Black Hole haben wir einen Mond. Zack. Stranded haben wir einen Mond. Vicious haben wir einen Mond. Calmination Castle haben wir auch einen Mond. Da oben Destination Andon habe ich noch gar nicht aufgeschrieben. Kam auch noch gar nicht dran. Aber hätten wir auch den Mond. Rotation gab es keinen Mond. Wurde auch nicht genannt. Den haben wir. One Must Fall haben wir auch. Ich habe alle Abgehakt, die wir gerade aufgeschrieben haben. Stabil. Gut. Ich könnte gleich, passt mal auf, ich schreibe mir gleich die anderen auf, wo ich auch einen Mond habe. Dann kann ich die nämlich beim nächsten Mal direkt abhaken. Ja, es wäre nur noch Destination Andon. Also Destination Andon. Haben wir schon. Wenn das nämlich im nächsten Raum dann auftaucht, brauche ich es gar nicht mehr aufschreiben. Habe ich jetzt schon gemacht. So. Okay. Äh, Whistle. So, außerdem haben wir in Harrier und in Fliff schon einen Mond gefunden. Es sind ja auch insgesamt nur noch zwölf. Also Harrier schreibe ich schon mal auf. Haken. Flive oder Fliff oder wie auch immer. Haken. Dann. Red hat einen Mond gehabt. Das hat keinen Mond. Green hat einen Mond gehabt. Können wir auch gleich mal aufschreiben. Was weg ist, ist weg. Okay. Cloud Control hatte scheinbar keinen Mond. Gut. Bedeutet aber, wir haben jetzt hier alles gemacht und können dann nächstes Mal in die Underworld gehen. Und hier ist dann, ich meine, klar, ich könnte jetzt die Reihenfolge bestimmen, aber wir gehen schon, versuchen schon die Reihenfolge hier ein bisschen zu befolgen. Ähm. Hier ist dann erstmal Where They Belong, das erste Level. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Danke fürs Zuschauen.